Herzlich Willkommen Diesmal verfolgen wir Leute, egal was wir sind Wir sind Crew-Mate Wir gehen jetzt Leuten richtig auf den Sack Ich spiel jetzt nicht mehr ernst Diese Runde troll ich nur noch rein Ich mach keine Aufgaben, ich lauf einfach nur der Tanker hinterher In dieser Runde zumindest So, wir gehen jetzt Leon erstmal näher Wir gehen zu dort jetzt einfach Was die können kann ich auch Was die können kann ich auch Ne Lexi Du läufst die ganze Zeit mit ihm herum Dann lauf ich mit ihm herum So ist das jetzt halt Monty Hallo, hallo, hallo Na wie war dein Motorrad Erlebnis Ich bin nicht gefahren Ohlala Was habt ihr dann mit dem Motorrad gemacht Was für Motorrad Wie kommen wir auf dem Motorrad Diesmal nur jedes Was für Motorrad Ich erhalte dein Motorrad Hier auf dem Motorrad Na Ich hab's nicht mehr auf soeben Ich kann ja Ja D Ich habe mich schon gefragt, wann Moritz damit anfängt. Ja, wenn ich kein Imposter bin, dann kann ich ja herumtreuen. Und ich habe bemerkt, dass es bei Simon kein Fortschritt kam, als er die Karte hat. Ja, das sind aber diese zwei Missionen, die er war. Als er was gemacht hat? Als er die Karte da durchziehen musste. Er ist dann gegangen und er ist auch nicht zum Alarm gegangen. Er ist einfach zu uns gekommen. Ja, ich bin auch nicht zum Alarm gegangen. Ihr seid alle nicht zum Alarm gegangen. Ja, wow, ich war da. Das mit dem nicht zum Alarm gehen, sag ich zu mir. Egal, es gab trotzdem keinen Fortschritt, als er es gemacht hat. Das ist sowieso kein safer Call, das mit dem scheiß Fortschritt. Doch, 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 doch. Bei der Karte, ne? Ja. Also Admin. In Admin. Da müsste eigentlich Fortschritt kommen. Ja doch, es müsste. Ich bin mir sicher, dass da Fortschritt war, Moritz. Ja, nur deiner war da. Aber, ja, ne, das war ein Fortschritt. Ich hab die Karte gemacht. Nein, 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 nein. Ich glaube, Moritz wäre dann wieder ein scheiß Wort. Wer ist jetzt das? Ich, Sam. Wer ist die denn? Das ist er. Nein, ich bin Moritz vertraut. Nicht im Ernst jetzt, oder? Ne, ich vertraue Moritz nie. Also, ich... Ja, ne, weg. Ja, hier, komm. Das ist der richtigen Wort. Tschür, tschür. Das hab ich euch gesagt. Erweckte ist mir auch noch sehr suspekt, muss ich sagen. Ja, ich hab wieder auch ganz komische Scheiße geredet eben noch. Ja, ja, ja. Ich hab ganz, ganz komisch hier meinen Tast gemacht. Was du von dir gibst, das ist mir... ... eher suspekt. Ja. Finde ich auch. Ah, bitte zu da einfach zu gehen. Mein Fettgewicht hat die Tür aufgemacht, Leon. Oh. So. Okay, die denken, dass ich natürlich wieder lüge, ne? Ich sag nur, es stimmt so, was ich gesehen hab, dass Simon locker ist. Allais brennt auch sehr, sehr komisch, möcht ich mal eben anmerken. Läuft uns die ganze Zeit hinterher. Gehen wir jetzt mal hier reingucken. Da ist Lexi. Okay, mach halt auch mal was. Oh ne, hallo, hallo, bleib stehen. Wow. Toll. Toll, toi, toi, jetzt sind wir eingesperrt hier. So, okay, Magnus lebt noch. Lexi auch. Ich glaube, Magnus wollte, dass Lexi hinterher kommt. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Es ist aber auch noch nichts passiert. Außer Conny vielleicht tot. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. So, da kam der Fortschritt von Leon wieder. Ich trau Magnus nicht. Ich trau Magnus einfach nicht. Weiß nicht. Ich glaube, ich möchte mein Gefühl doch noch mal ändern. Was Magnus ist. Weil der läuft so seltsam. Der läuft einfach... How long noch? Ja, da, Tür, Tür, Tür. Da ist durch. Ah, passt. Keine Ahnung. Oh, ich glaube, wir haben da jemanden. Magnus! Das ist Magnus. Magnus ist aus dem Rettischbrunnen. Das ist Magnus. Ja, das ist anlackig. Okay, also wenn es alle sagen... Ganz sicher 100 pro. Magnus, Regel Nummer 1 in den Raum. Lieber niemanden töten. Ja. In welchem Raum denn? In welchem Raum? In Wele. Ich weiß nicht, dass er jetzt hat. Wir sind ein, zwei, drei, vier, fünf, sieben, vier. Machen wir zwei Imposter? Ne, ich mach noch eine Runde, dann bin ich eh weg. Ah, so ist ja, okay. Okay, da ist ein Imposter. Einige Zeit ganz cool, würde ich sagen. Ja, zwei, absolut. Sieben müssen. Vollen ändert mein Mate, Conny, wird doch von gar nicht umbringen. Ich denke, der wieder für euch deckt wird. Richtig, und du denn eine Task daneben machst. Stark. Stark. Wie war jetzt das Motorraderlebnis? Ich bin hier gefahren? Ja, das sah ich ja auch gar nicht. Der Motorrad war vor der Tür. Das war alles. Sind wir bei dir drinnen oder was? Kann ja sein. Und du warst bei ihr drinnen oder was? Nein, sie war mir. Sie war mir. Mit was denn? Für den Finger? Okay, reicht, reicht, reicht. G-G-A-F. Mach schnell jetzt. Erstmal zwei Impostor, aber Killcoder haben 40 Sekunden. Das geht nicht. Ich kann das jetzt hier nicht einstellen mit zwei Impostor. Cool, G-G-A-F, also Conny. G-G-A-F. Ja, wer kommt denn mit G-G-A-F? G-G-A-F. Extrem geile Alicia Figurin. Das ist relativ, da muss ich nicht sagen. Jetzt will ich mich nicht in Poster. Ich fahr die Runde noch gar nicht im Poster, Marco weiß ich nicht. Ich verfolg jetzt Conny. Es kam da angeflogen. Wait, seit wann ist dieser To-Wi in den? To-Wi schickt ein Twitch-Ding. Also Marco wäre reingekommen. Twitch-TV To-Wi. Ey, Leute, darf dieser To-Dings-Boomster eigentlich Werbung machen? Nee, nee, nee. Der schickt mir einfach sein Twitch-Profil. Nein, nicht dir. Es ist ein Twitch-Profil. An alle. Conny, warte, ich hab dich verloren. Ah, da. Conny, warte, ich hab verloren. Ey. Oh, da ist jemand tot. Also, ich bin von oben, ne, von rechts gekommen. Dann bin ich zu Oxygen gegangen. Dann war, ähm, na, ey, Simon dann auch da. Dann bin ich nach rechts gelaufen mit Simon zusammen. Dann haben wir die Leiche gefunden. Also, Fieber. War Simon nicht in... Garg'ne. Moritz hat zurückgehoben. Ich glaub einfach, dass er wieder Imposter ist. Moritz kann es nicht sein, aber... Also, ich kann dir ganz genau sagen, weil ich gemacht hab. Weil es waren nur zwei Tasks. Ich bin zuerst bei Asteroin gewesen. Die hab ich zerstört. Dann war ich bei CO2, hab die Blätter reingemacht. Und dann war Lexi da und dann wollte ich... Ich hab auch die Blätter reingemacht. Ich hab auch die Blätter reingemacht. In Elektrik. Conny und... Conny, wir haben zwei Kommentars, oder? Ich und noch irgendwer. Wer war denn das vierte? Ähm, ich möchte nur kurz fragen, wo Magnus war. Elektrik. Okay. Kann Conny überzeugen. Kann Conny überzeugen. Kannst du überzeugen, weil du auch da warst. Wir atmen hier durch. Ich will eben Mafka. Hm. Du musst dann die Tasks brauchen. Du musst die Tasks brauchen. Äh. Vogel. Ihr sagt mir alle Tasks, die du gemacht hast. Warte mal, wo war die Leiche? Ähm, ganz rechts. Wie heißt das denn? Wo man auch kalibriert und so. Pilot? Irgendwie? Cockpit? Ah, Navi. Äh... Navi... Navi? Weiß ich ja nicht. Ganz rechts. Ganz, 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 ganz rechts. Die Spitze. Ja, Navi-Gash. Ja. Passt. Gibt's da ein Band. Gibt's da ein Band. Wenn ja, wo bitte hin. Ja. Ja, das ist Simon. Ja, ich hätte auch gesagt, das ist Simon. Ja, ich hätte auch gesagt, das ist Simon. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Warum denn? Simon war mit mir doch in Oxygen. Also könnte vielleicht die gleiche gekickt haben zur Oxygen gelaufen sein, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich hab euch alle vier gesehen. Alle waren auf der linken Seite. Ja, tschu. Und Lexi war halt die Einzige mit Simon, die jetzt nicht weg ist. Ey, Conny war aber auch für fünf Sekunden weg. Richtig, weil du mich verloren hast. Vielleicht hat er gebraucht. Aber das... Aber... Ja, jetzt. Vielleicht klappt auch. Ja, Simon. Ich hoffe, du bist es nicht. Ich hoffe auch nicht, dass du es bist. Wir haben wir in der Zeit. Das ist der Einzige, der geskippt hat. Ah, lol, hast. Okay, wir sind gleich wieder. Ah, ja. Ja, ja. Also ich hab Magnus, wie gesagt, nicht gesehen. Naja, egal. Also dann... Ja, Magnus. Conny und Magnus. Ne. Sind ja ganz schön wild aus Simon gegangen, ne? Hm. Äh, wo ist denn jetzt Conny hingelaufen? Wo ist denn jetzt mein Schatzi? Wo ist mein Schatzi Conny? Ah, da ist mein Schatzi Conny. Ah, da ist mein Schatzi Conny. Aha, der weiß läuft seltsam hier rum. Ist jemand gestorben? Ne. Da ist Lexi. Hallo Doktor Lexi. Okay. Okay, dann mach ich das ja auch mal eben. So. So. Alter, Conny, wie viele Aufgaben hast du denn? So, wir warten mal kurz. Oh, gucken, ob Conny lebt noch. Okay, gut. Gut, 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 gut. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es Magnus ist. Also, ich weiß nicht warum. Aber, ich habe das Gefühl, Magnus ist es. Conny. Conny, komm. Conny. Conny. Oh, Mann, ey. Gott, ey. Mann, ey. Ich wollte auf Conny warten, aber der braucht so lange, ey. Braucht einfach Ewigkeiten. Ich glaube, ich laufe direkt dahinten. Sonst. Oh, 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 Leute. Lexi-Deck zu geben. Ich raste aus. Nein! Wie zur Hölle? Moritz, bist du gelegt? Moritz. Nein! Ich hatte es fast, aber ich bin dann aus dem Fenster gekommen. Liam, was war denn das für Hass? Ich bin rausgekommen. Liam, rennt aber instant zu mir. Zack, nachher gekommen. Was macht denn Moritz da? Oh Mann, ich bin leer. Fick, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich sehe Moritz um die Ecke kommen. Es tut mir echt leid. Ich habe aus dem Fenster geklickt. Und da konnte ich dann direkt auf den Fenster klicken. Was ist passiert? Moritz fragt Hacker, das passiert. Ja. Ganz offen, Moritz. So, mach jetzt mal eins. Ja, ich höre. Let's go. Äh, warte. Kannst du den Code machen? EGAF. 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 EGAF.